hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wenn dreißig streiten freut sich der dritte wenn dreißig streiten freut sich der dritte ein bisschen ungünstiger Jones, du hebst ab du hebst ab wir sind anders jaja ihr seid beide an derselben stelle weg bei mir ist kaputt halt wirklich einfach stumpf nach rechts rüber jetzt aber warum ist so viel speed was ist da los alles noch ich habe da hin geguckt tunnel nils tunnel anakin wo sind wir schnell jetzt wird geköpft ab mit dem kopf fun lief gut sein für eures kopf fans ja genau ab mit dem kopf welche ab mit dem kopf nils 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 Abstand auf. Du Karriere, du, du Kog-Blogger. Ganz gelappt keiner. Kannst du dir mal einen Rothorn nach vorne? Ja, gerade im Herzen. Was war denn das gerade? Ich glaube, da wurden sie gebremst. Ich glaube, sag's nicht. Da bin ich ja fast genommen. Ach, 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 ach. Hey! Du bist siebter. Wir sind ganz hinten Kapuze. Ich werde doch auch voll cool. Wir sind quasi letzter. Guten Tag. Wieso bist du schon wieder so gut da weggekommen? Das ist krass. Vielleicht weil ich immer auf dem Hinterrad lade. Ja, weil du bist schon losgefahren. Da war ich noch in der Luft. Oh, fuck. Das war ein guter Sprung jetzt von mir. Da bin ich wieder. Da kommst gar nicht eh. Ich dachte, du machst die Looting langsam. Schaden. Kundra nach hinten ziehen. Alter, wie weit ich fliege. Das ist unser Buggott wieder. Einer ist weg. Was ist Buggott? Brau. Brau. Wo ist er denn? Brau. Hab ich dich überholt? Ja. Der hat sein Opfer. Ganz genau in mir. Jetzt ist er weg. Wir haben gerade einen Router geschaltet. Noch einen. Ja. Das ist Buggott. Ja. Bitte jetzt. So, da sind wir wieder. Zwei Runde. Ja. Die zweite Runde. Sollte es lieber nach vorne gucken, als ich deine Wurschtfinger nach hinten sah. Hier wird Platz 1 immer gewechselt. Der geht. Der geht. Der geht. Der geht. Der geht. Der geht. Nein. Wieso? 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 Warum bringst du dich denn um? Nein. Oh. Da lässt er das Lenkrad los. Mit'n coolen Mut. Aber Schiss. Hä? Was passiert denn hier? Oh. Nein. Ich seh doch schon die Lichter dahinten. Ey, da kommt aber eine angedüst. Das ist ja krass. Du hast ja 300k mal mehr drauf. Was hast du denn? Ich will. Ja, aber ich hab dich gebremst. Das ist okay. Warum seid ihr denn alle so schnell? Koko. Sogar Eintus ist hier. Wie weit bin ich jetzt zurückgefallen? Juhu. Oh Gott. Bin Schatten. Wow. Eintus hat mich gekillt. Eintus hat mich einfach gekillt. Eintus hat mich einfach gekillt. Er hat dich geköpft in der Luft. Naja, nicht mal. Er hat einfach... Holy shit, ey. Konrad von Gunde. Das geht bei mir gar nicht mehr. Eintus hat mich getötet. Der hat sich geköpft. Er hat sich geköpft. Er hat mich einfach gekillt, ey. Er hat mich auch gekillt vorhin. Alex. Hier, Pampeter. Einfach gekillt. Das war richtig gut, Kondran. Das war echt bitter. Einer von euch hatte Spaß. Das hatte ich... Ich konnte das ja nicht mal verhindern. Das war nicht Kondran. Ich konnte das ja nicht mal verhindern. Alter, das Ding ist so lahm. Nein, ich mach dir auch keinen Vorwurf. Kondran! Ihr habt dich gar nicht berührt. Du hast mich gar nicht gerührt. Ja, hab ich auch nicht. Okay, Alex. Ich bin der einzige, der hier im Babyblau fährt, Mensch. Ja, du bist doch einfach zur Seite gefahren. Ich bin einfach... Es funktioniert auch mit Alex. Wir haben uns nicht berührt. Da brauche ich mich gar nicht. Anne. Oh, da kommt der. Nein, also wir haben uns echt nicht berührt. Oh Gott. Anne. Anne. Oh, fuck. Nein. Anne, 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 Anne. Nur vier, Leute. Jetzt sind alle. Okay. Das macht sich schon gemein, Anne. Mein Motorrad springt hier drin immer. Ist das für euch auch so? Das entscheidet sich eh auf der letzten Grade, weil du da... Oh, ihr habt alle Platz. Jetzt... Leute, jetzt macht mir hier kein Hack-Make. Der hatte gerade sehr, sehr wenig Platz, dachte ich. Genug. Ich fliege auf uns vorbei. Nils wieder abhebt, ey. Nils. Nils schummelt wieder. Hebt er ab. Das schummelige Nils. Warte mal, drei Abonnenten am Tag gemacht. Hebt er ab. Wieso fliegt der denn immer so weit? Hä, schau ab. Was denn, Hotter? Keine Ahnung, was das war. Okay, okay. Oh, das wird klappt. Oh, scheiße. Nils, ich hab ne Ausrutscher gehabt. Oh, Fing. Oh, fuck. Oh, fuck. Irgendwie haben wir überholt, Hotter. Ja, das sagst du. Ja, ja. Ausrastfunktion. Wie, Ausrastfunktion? Toto ist doch gar nicht da. Nein, das Ziel ist ja hier vorne. Da hat er extra gebremst. Für den Windschatten. Ja. Das hab ich mir anders vorgestellt. Da war es ja den Windschatten. Ich hab dich vorgelassen. Ja, ich weiß, das hab ich gesehen, aber ich wusste, dass das Ziel nicht weiter ist. Ich dachte, das wäre am Ende. Ich hab in der ersten Runde geguckt, wo die Zeit getrackt wird, also wann Runde 2 kam. Aber wenn ich dir den zeig, dann heißt es was anderes. Nils, du kannst dir deinen Namen wichern. Er ist weg. Juli, das ist drin. Er ist drin. Vier Sekunden. Erst noch kurz ein bisschen meine Faust kreisen. Oh, oh, das wird eng. Okay. Nice. Du bist Vierter. Verdient. Das stand da nicht drunter. Oh, da stand fett verdient drunter. Wenn ich's nachredet, ja. Ich kann diese Fresse nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Ja, kannst du ja nix spüren. Komm, wir gehen boxen. Guck, guck. Aber ich hab sexuell und bloß gemacht, also. Naja. Aber ich bin ja mit voller Wucht hier unter das Motorrad geflogen, ey. Aber wirklich. Ich war schon wieder am runterkommen. Ich hätt's gar nicht wegtun können, das Motorrad. Du sprichst einfach gegen meinen Reifen, als würdest du reinbeißen. Ich muss wieder ein Foto vom Scoreboard machen. Dokumentation. Sonja, du kannst theoretisch noch gewinnen. Ja, heute schon. Ne, der wird jetzt gleich rausgekickt von mir. Jetzt komm ich die Rache-Runde. Die Rache-Runde. Die Rache-Runde. Die Rache-Runde. Ja. Jetzt kommt jetzt mal der Rache-Crash. Rache-Runde. Das ist ja wohl das Letzte, oder? Das ist ja eine Gewinn-Spiel. Das wäre eine Bonus-Runde, die Rache-Runde. Anne, welches Auto? Äh. Warte mal. Karma, 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 Karma. Ja. In Furore. Ne, wir nehmen den Massakro. Ne, wir nehmen den Massakro. Ne, Massakro. Ne, Massakro. Unter M Kapuze. Massakro. Was soll denn das? Massakro. Ich bin ja nicht von gestern. Unter Essen. Komm Alex, du massert jetzt. Wer hat das im Schuhen schal? Na. Der wäre schon zu stylisch eigentlich hier. Schwarz-Weinz. Das ist los mit Streifen. Mit Streifen. Mit Schwuggele meinst du? Habt ihr schon mal die Grafik von dem Spiel angeschaut? Die ist schön. Wurz, das steht doch schon wieder vor mir, oder? Ne, aber okay. Es steht nicht mehr. Ich bin mal der Frage. Das ist Verkehr. Warte. Warte, ich bin mir. 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 Du bist doch. Du bist doch. Warte, ich bin mir leid. Ja. Na ja. Fssä bist ja raus eine Eins erbisseitdicht. Ach das zählt schon? Ja, jetzt schon ein bisschen. Ruhe, Anzug, Rresse. Das Auto fiel zu schnell. NILS! Leute, was ist mit eurem Sandwich-Gehabe hier? Da gehen wir rein, Kapuze! Wo gehen wir rein? Einfach in die Masse von Leuten! Kann nichts passieren! Ich hab auch gekauft! Jetzt steht hier so ein Shit-Auto! Wow! Hast du mir den Mittelfinger gezeigt? Dumme Bitch! Lass dir das nicht gefallen ziehen! Holt den Schlamm! Das war ein NPC! Ja, wir haben den Mittelfinger gezeigt! Wow! Warte! Ich dachte kurz, das war ein NPC! Weil sich keiner beschwert hat! Ja, weil sich keiner beschwert hat! Ja, das war ein NPC! Alles gut! Ey, bist du ein Doof? Oh, da ist einer raus! Der weiß! Bist du ein Doof? Warte, ich muss ihn mal kurz benutzen! Ja, benutzt mich! Boah! Anne! Anne! Das waren doch unsere Worte! Ja, ich hab's leider nicht so gut bekommen, wie ich wollte! Er ist guter Junge! Er ist guter Junge! Ne, böser Junge fährt da vorne! Ah, ja! Also von mir wird das nicht gefallen! Seht ihr das? Du wirst jetzt gedreht, ne? Dreh den Schmier! Los! Holt den Schlamm! Holt den Schmier! Oh! Holt den Schmier! Ja! Das war ein Motherfucker! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Das ist natürlich jetzt doof gelaufen, ne? Ja, Kapuze, ich komm, der ist vorbei! Ja, okay, links! Aber mich nicht schlagen, ja? Oh, Style! Wenn Hodder vorbeikommt, geht mal immer davon aus, einer aus dem Heu zu kriegen! Ja, und das ist ja müh! Oh, du! Ich hab... Oh! 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 Alter, ist da links ab! Ja! Ich hab's gesehen! Guck mal, da liegt einer auf... Ich hab nicht richtig gedreht! Nein! Häy! Ne, ich hab Rosa nur angeschoben! Los, Anne, fahr vorbei! Oh, oh, oh! Oh Gott! Ah! Ah! Diese... Alle gewinnen doch nicht! Diese Scheihe hier! Ah! Das hab ich mir anders vorgestellt, Anne! Ja! Ja! Ui! LKW! Ah! Ja! Jo, danke! Nein! Scheiße! Oh fuck! 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 Haben wir schon Zelti nun? Ja, haben wir! Diese 15 werden Unterbrechungen wurden Ihnen präsentiert worden! Oh fuck! 15, 25! Oh, was sehen wir da? You're Locko! Oh fuck! Oh fuck! You're Locko! Dieses Gesicht kann selbst deine Mutter nicht liegen! Anne! Abmont! Anne! Abmont! Anne! Abmont! Ja! 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 Whoa! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020